Gehen da mit der Waffe. Muss dann wo hinkriegen. Im Keller, siehste, kommen wir jetzt schon mal runter. Na ja, gut, dann sind da die Sicherungen bestimmt. Oh, hier sind schon die ersten, sind noch Besucher drin in der Mall, Robert, die müssen wir eigentlich rausschmeißen. Oh ja, die eigentlich ist hier schon dicht, der Laden, ich weiß nicht, ob wir die hier machen. Sorge mal. Zack. Dieser aufgelagene Schlag, der hat es echt in sich, ey. Was ist mit ihm hier? Er gabbelt hier einfach mal so rum auf der Bank, ey. Aber er ist schon tot hier, wir sind gut. Oh. Was war es denn mit dir hier? Boah. Boah. Ich hab da mit euch. Ah, das muss meiner packen. Zack. Okay. 310 und Sterne, das scheint mir ja schon faszinierend zu sein, muss ich sagen. Ja. Du, wo, um die 350 wäre jetzt schon ganz gut, wa? Obwohl ich hab auch noch ein paar mit 310, tatsächlich viele sogar. Wo ist denn der Affe jetzt hier? Suche nach Bob, dem Hausmeister in seinem Keller. Hier ist bezeichnet. Ach ja, der Juri, ja. Was wird hier ab? Ich weiß, ich glaub, du warst tot. Jetzt wird hier ein Tor aufgegangen, oh ja. Ah, hier komm mal rein jetzt. Ach, jetzt zieht die Tür hier auf. Ah ja. Bargeld. Oh, safe hier hinten. Oh ja, hier, ein bisschen Bargeld. Oh, sehr schön. Oh, hier ist ne Falle, Achtung. Oh ja, stimmt. Oh, hier ist die Schrotflinter dafür. Hier. Warte mal, kommen hier irgendwelche Zombies? Führt ja gar ein Zombie reinlaufen, aber das sieht nicht so aus. Ich kipp mal hier hinten noch. Hier, was ist? Noch ein Sammel-Item. Achso, das war jetzt ein Fortschritt. Achso, das war jetzt für die Mission. Oh, ne, okay. Ja, ja, das hab ich jetzt gerade hochgesehen. Deswegen hab ich sie doch angezeigt bekommen. Achtung. Ah, gar nichts passiert. Du bist gar nicht losgegangen. Nee. Wie will ich von da? Geile Falle. Oh, ich hab's nochmal ausgelöst, das. Ach, hier. Und Schlüssel, ey. Meine Güte. Hier ist noch ein Sammel-Ding. Hier ist nix. Oha. Und wächst hier unten. Boah. Ii. Okay, diese Eier explodieren offensichtlich. Ii. Ii. Die wachsen ja auch nah. Guck dir das an, was ist denn das für ein Egel? Ich hab hier so ne Art gefunden. Schnell vorbei. Sicherung. Achso, ich hab einfach mal aufgemacht. Müssen wir hier lang? Ich bin nicht betrieben, aber mit dem Wasserkanister wahrscheinlich. So, muss ich die Säure wegmachen. Das ist auch noch ein Rad. Das hab ich schon noch. Oh. Musst du hier glaub ich anbringen. Bei dem Gasleitungsventil. Oh, perfekt. Mal gucken, was sich da dann gestimmt. Oh ja, Clownhammer. Schönes Ding. Mann. Oh ja. Die landet. 340 Schaden. Ja, reingaukt bekommen. Perfekte Mondo. Dann machen wir gleich mal hier ins Haus. Geht doch gleich mal an. Wobei. Irgendwas müssen wir noch erkunden hier. Ah, irgendwas ist so. Über uns. Hier haben wir irgendwas übersehen. Ach, hier oben. Da oben ist ein Teddy. Boot für safe im Hausmeisterbüro. Ach, hier. Findet den Kesselraum und du findest Bob. Gut. Sehr richtig. Ja. 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 Ich bin Tür. Ja. Ja. Boah, ich sehe hier wieder gar nichts. Ich will es die Feuer spugeln, ey. Los, die liegt, ey. Ja, komm mal her. Warte. Was ist denn? Was ist denn weg? Trolla, ihr weg da hause. Was ist denn mit mir? Bleibt doch einen verliegen. Gibt es doch wohl nicht. Warte mal, ich gucke mal hier nochmal. Ach ne, hier ist nix. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich das Tor aufkriege. Ach doch, hier geht es auch. Hier ist noch eine Tür. Das Tor kann man auch aufmachen, ja. Ja, cool, hier ist, hier war auch noch eine Tür, in dem. Von hier kommen wir. Ne. Die hier. Ja, da ist auch noch einer. Ne, von da kommen wir. Das Blödsinn. Hier, genau. Das ist die. Aber hier ist die neue Tür, ja. Das ist eine neue Tür, ja. Und hier ist ein Sicherungskasse. Ja. Ah, komm einfach mal, er nicht steckt. Oh, ach du Robert. Ach du Scheiße, jetzt werden wir. Oh, vielleicht auch mal raus hier. Ach, schön auf dich geworfen können. Ach man. Ich brauch kein Profi so, schützt Schwert. So, ich glaube, ich nehme hier was Schaden. So, Robert, hier eine Feuerachst. Und eine lila, ne. Das nehme ich. Ich habe auch irgendwas liebendes gefunden. Schlagstock. Den habe ich tatsächlich noch nie richtig gespielt. So, jetzt kommen wir hier oben wieder raus. Finde den Kesselraum, du findest, Bob. Wollen wir schon mal gucken, ob wir den Oko finden hier. Oh, der Schlagstock ist ja immer noch weh. Oh, der Schlagstock ist ja immer noch weh. Was hat sie denn jetzt fallen lassen? Oh, krass. Der Schlagstock gefällt mir. So. Okay, da ist er wieder. Wo bist du jetzt? Bist du unten? Musst du einfach in die Tiefgarage weiter nach unten. Also im Weg du quasi zurück. Warte, komm doch mal. Ja, da bist du ja schon. Standardgegner eben, hat einfach in den lilaner Waffe fallen lassen. Richtig guter. Ach ja. Okay, ja, schön. Hauen schon sowieso einige von. Okay, wir werden direkt da tot. Aber geil mit den Schatten im Dingens. Bei den Zombies auch. Ah. Ah, jetzt kommen hier noch ein paar raus, wa? Oh, eine Schreierin hier wieder, die alte Hexe. Ich nehme jetzt mal meinen Raserei-Angriff drin. Oh, da machst du nichts mehr, wa? Hast du Schluss mit rumschreien? Der war so kritisch, der war direkt, die war direkt tot. Okay, klar. Fertigkeit. Oh, warte mal, ich habe eine neue Fertigkeit. Schrei. Öffne doch, ich habe doch gedrückt. Mann, ey. Ach hier, entfessel deinen inneren Brüllaffen. Ach, dann kann ich den Schrei von der Alten machen. Finde ich das Spucken irgendwie besser im Raserei-Modus. Mit dem Kotzen da. Spucken ist irgendwie cool, ja. Gesicht ist Schrot, liegt hier rum. Ich nehme die trotzdem mal mit zum Verkaufen. Oh. Voll die Feuerwand hier erschaffen. Die Scheiße hier. Das kann ich gar nicht. Ach, Mann. So, hier kommen wir. Ach, Gott. Oh, weia. Das ist los. Oh, 367, meine Güte. Inventar voll. Der Schraubschlüssel. Ja, Schraubschlüssel. Schraubentschlüssel. Ich würde eigentlich nicht ablegen. Tja. Der Bob hat es nicht geschafft. Ehe eine Waffe habe ich jetzt rausgemacht. Ich sagte nichts, dass Bob nicht mehr zurückkommt. Alles klar. Oh, der Gegner angezeigt. Ah, der Sprenger. Oh, hier kommt der. Ach, dieser Machete ist schon geil. So, hier wieder hoch. Ne. Nein, jetzt habe ich wirklich dadurch meine Waffe weggeworfen, meine blaue. Das ist ja ärgerlich. Was hast du gemacht? Also, wenn du Waffen wirkst, sind sie scheinbar weg. Okay. Das ist ja. Damit hätte ich jetzt nicht geregelt. Das stimmt doch. Was ist hier? Hier, wo war das? Da, wo es so ein bisschen rötlicher hinten im Raum ist, glaube ich, ist das. Äh, genau. Hier kommen wir wieder hoch zum Einkaufszentrum. Die ist auch hoch, glaube ich. Genau. Ich glaube, du kannst auch da lang. Dann auch wieder nach oben. Haben wir jetzt irgendwo einen Schlüssel gefunden, wenn wir jetzt irgendwo reinkommen? Ne, was? Nein, glaube ich nicht. Aber und die beiden? Die Sicherung, die haben wir... Gehen wir doch mal nicht auf uns. Wo ist es nur da? Viecher hier, die mir auf den Sack gehen. So, komme. Ey, geh schon mal hin, dann wirst du ja direkt hingebeamt. Glaub ich. Oder so, genau. Die Alte steht ja schon vor mir hier. Oh ja. Na ja. Oh, hier an der Mission war. Vermisste Leute. Woher muss ich? Oh, wo immer alle da an dem... Ach, hier, der Lager spinnt. Warte mal, ich verkauf mal erst mal meine Wachen jetzt hier. Oh, you smell good! What is that? Uh, water? With the sign of something that I think the fancy people call soap. You should try it. Uh, when they start making shower gel out of vodka, maybe I'll give it a go. Until then, that's just wartime away from a good friend here. I'm guessing you're not talking about it. Bump up your death toll levels, and then ask me again. 310, that's not so cool. 12.000 These 310 Dinger, they sell me. That's just nothing more if they are lila. No, no. Gibt auf jeden Fall Kohle, then. Ach so, warte mal, die kann ich erstmal wegpacken. Ach, hier ist er. 50.000 mittlerweile, hey. Ah, jetzt halt wohl wieder 30.000. Okay. So, weg damit. Okay. Ah, jetzt kann man hier auch Zombie-Sachen herstellen. Also bei den Upgrades, bei den Waffen. Vorteile dritter Slot bei mir. Ach so mal, lass mal gucken. Ach genau, das lila. Insekten life und Giftgallenblase brauche ich noch. Die Sachen kann man verfolgen und die dann wahrscheinlich gezielt looten gehen. Ja. Bei diesen Hotspots. Wahrscheinlich. Genau. Wenn ich dich alles täuscht, sind diese Vorteile auch nur bei den Waffen verfügbar. Die, wo du auch die Gliedmaßen abdrehen kannst mit, also gezielt. Also scharfe Waffen. Ich glaube, dass das... Bin mir nicht sicher. Ne, doch. Ne, doch. Kannst du auch bei... Geht auch bei den anderen. Ich hab hier so'n Hammer. Ein Hammer. Okay. Den geht so. Okay. Mir fehlen noch Sachen. Aber der musste Glubik mindestens lila sein. Der muss lila sein, Glubik. Der... Äh, die Waffe. Obwohl, ne. Äh, gut. Okay. Oder? Jetzt erstmal hier oben. Ja, ja. Bloß lila. Ja. Und er muss auf jeden Fall... Ja, bei den Vorteilen musst du da aussuchen können. Und... Ich hab hier nuevo Film. Mal aufpassen. Mal aufpassen. Jungs mal aufhören. Mal aufpassen. Jungs mal aufpassen. Vielen Dank.